Willkommen! Nachnamenrund! Jetzt, jetzt heizt alles oder nicht! Fuck! Oh! Shut up, John! Hallo und herzlich willkommen Minecraft! Mein Let's Battle! Du Hates! So, dann geht raus jetzt! Geht raus! Bewegt euch, bewegt euch! Das klang ja sehr begeistert! Ihr müsst gucken, ob sie mich sehen! Wenn sie mich gesehen haben, bin ich im Arsch! Die sind vom Berg runter! Ich komm zu euch! Das ist mir zu riskant! Ich will echt nicht verrecken! Nee, die sind noch auf dem Berg! Domse hat mich gesehen! Jetzt hat Domse mich gesehen! Oh man! Der wusste nicht, dass ich da war! Oh Gott! Kommt hier runter! Wir gehen jetzt hier runter auf das offene Feld! Und recken! Und dann werden entweder Bier voll gereckt! Ich hab übrigens kein Essen mehr! Ja, du kriegst gleich noch welche von mir! Ich hab noch zwei! Und? Wo seid ihr? Hier? Wir kommen gerade! Nee, bitte nicht! Ich hab hier noch... Hier ist noch ein... Oh! Krass, ein Creeper! Und Zombies und alles! Alter! Alter, äh... Marcel, dir verfolgen... Ich verfolge gerade vier Zombies! Hui! Und ein Creeper! Hui! Ups! Die sind immer noch oben auf dem Berg! Ja, die snipen uns jetzt wahrscheinlich runter! Das wär richtig assi! Hm... Ich hab noch Schießpulver! Vielleicht könnten wir jetzt nochmal, ähm... Ne, hab ich nicht! Wir brauchen Eisen! Wir brauchen Eisen! Ja, okay! Ah, Spinn! Ich rette dich! Meine Frau! Dankeschön! Meine wunderschöne Frau! Ich bin nicht deine Frau! Die sind immer noch auf dem Berg! Jetzt wollen die, dass wir hochkommen, oder wat? Na gut! Ne, die kommen runter! Die... Der eine läuft jetzt... Ja, mein Laptop lädt nicht bis dahinten, aber die Spieler! Hm! Jo! Ich baum... Wartet mal kurz! Ich seh die Spieler! Jo, ich seh ich! Ich hab mir noch ein paar Blöcke gemacht, falls ich ne Dingens brauch! Ja, lass mal Tag machen! Wäre besser! Ja, mit meiner Softbox ist das richtig beschissen nachts! Ich wollt grad sagen, ich mach mir gleich ne Mauer! Oh! Wer schießt denn da? War ich! Oh Gott, ich hab so Panik! Oh Gott, ich hab so Panik! Ja, danke! Komm, komm, wir gehen nach hinten! Pascal, wir gehen nach hinten! Komm mit, Pascal! Warte! Toilette! Nein, Pascal, komm mit! Lass uns einfach schnell rumbauen! Also! Genau, einfach rundum! Oh! Enderman! Enderman! Die laufen rechts rum! Die laufen rechts rum! Die laufen rechts rum! Die laufen rechts rum! Einfach... Einfach rumbauen! Sie kommen! Sie kommen von hinten! Ja, und die laufen jetzt rum! Fass auf! Fass auf! Fass auf! Fass auf! Fass auf! Ja, ich hab auch nur noch eins! Oh Mann! Die kommen rum! Die kommen! Sie kommen! Sie kommen! Wo? Rechts rum! Dann gehen wir wieder links rum! Oh Alter! Die sind gleich bei mir! Die sind gleich bei mir! Oder? Ja, okay! Die kommen! Nachnamen rum! Jetzt... Jetzt heißt alles oder nicht! Fuck! Oh! Ich hab daneben geschossen mit der Panzerfaust! Die auch! Die auch! Ich weiß nicht, wie viele Kugeln die haben! Warte, lass mich nachnamen! Exorzist ist genau bei mir! Puh! Ja, die sind da hinten! Oh Gott, komm! Warte, warte, bis hinter denen ne Wand ist beim Schießen! Warte, bis die irgendwie ungünstig stehen! Mit der Panzerfaust, falls du noch ne Kugel hast! Äh, ne Rakete! Ich hab noch eine! Ja, gut! Boah! Dann warte! Sie kommen von links! Sie kommen von links! Ja! Sie kommen von rechts! Sie kommen von rechts! Oh mein Gott, ich sterbe! Ich hab so Angst vor denen! Dack, wo sind die? Wo sind die? Du siehst doch wohl die Namen, Alter! Bist du eigentlich völlig deppelt! Nein, weil ich grad die ganze nur eure Namen seh! Ich vertraue mich nicht mit der Panzerfaust zu schießen! Nein, sollst du auch nicht! Erst wenn hinter denen so ne richtig unge- Ich würde interessieren, ob die durch Gras schießt, die Waffe! Deswegen! Weil das sieht man hier so viel scheiß hohe Gras! Au! Ich hab, bin getroffen! Ich bin verwundert! Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wow! Wow! Es geht nicht! Alter! Ich brauch Essen! Wow! Was war das? Hier! Dölit! Dölit! Was war denn das? Was ist denn das? Achso Essen! Jetzt habt ihr doch mein Essen genommen! Oh! 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 Halbes Leben weg! DG! Ja! Wir müssen warten bis alle davon verschießen! Die haben Sniper! Ja! Das ist genau das, was ich gesagt habe! Ja! Die versuchen uns auf Distanz zu treffen! Ich treffe einfach nichts, glaube ich! Wenn wir drauf rennen, dann können sie ja... Nichts machen! Ja! Nicht viel! Aber ich weiß nicht, ob das so schlau wird! Die können halt voll auf uns schießen, Alter! Aber wir auch! Ja! Die können nicht auf vier Leute gleichzeitig schießen! Wenn wir alle vier gespreizt laufen müssen! Gespreizt? Er hat gespreizt gesagt! Dann lass doch zwei von links und zwei von rechts kommen! Jannik kommt! Jannik kommt! Von wo? Von wo? Rechts! Jetzt sind sie wieder beide in der Mitte! Okay! Du könntest sicher auch einfach die ganzen Fetzen! Das würde auch funktionieren! Das ist eigentlich... Für euch... Für... Für euch kommt das jetzt... Ich hab Dommensee getroffen zweimal! Ich hab Dommensee getroffen zweimal! Aber eigentlich ist das richtig episch! Ja! Ja! Auf Munition achten! Dann lass... Dann lass jetzt rein! Sonst haben wir bald keine Munition mehr! Darauf warten die! Ja! Die warten darauf, dass wir keine Munition mehr haben! Wunderbar! Dölde aufzuschießen! Dölde aus! Dölde aus! Dölde aus! Dölde aus! Ich nehm jetzt noch mal ein einziges frisches Magazin rein erstmal! Ich hab noch 17 Schuss! Ich mach jetzt 3 angebrochene Magazine! Ich auch! Ich hab noch 1, 13 und 12! Warte, was für ne Waffe hat Jannik da? Es ist ne MP40 sowieso aussehe! Ja nu! Renn mal rein! Ich weiß nicht! Wir sind so weit weg! In der Zeit können die uns nämlich treffen! Was? Ich dachte ihr wart hinter mir! Wir können uns doch auch langsam vorbauen! Ich hab keine Sachen zum bauen! Wir könnten uns einen Tunnel bauen! Einer sneakt sich! Nein! Aber man hört es abbauen! Hä? Du musst dich halt relativ tief kramen! Dölde! Nein, das machst du nicht! Komm hoch! Du! Warte! Was bist du für ein Pischer? Die haben das auch immer gemacht! Die wollen, die wollen, dass wir schießen! Die wollen, dass wir schießen! Deswegen! Die wollen, dass wir unsere Munition ballern! Hat vielleicht jemand noch ein Pfeil? Sie kommen von links! Sie kommen von links! Hat jemand noch ein Pfeil? Dann schmeiß sie mal hier rein! Ich hab 5 sogar! Sie kommen von links! Sie sind links! Sie sind links! Dölde! Geh da weg! Die kommen! Hör auf zu schießen, du Pisser-Panner-P... Was? Warum denn? Lass doch... Ihr lasst jetzt hinterher... Na, die bauen schon wieder die Distanz auf! Ja! Wir müssen jetzt attackieren! Wir können nicht jetzt hier so lange rumeiern! Ja, übel! Das ist ja auch irgendwie... Und wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt in der nächsten Folge! Also! Entweder es ist diese oder die nächste Folge! Also, rauf oder was? Ja! Ich steh hier schon im offenen Feld! Okay! Ja, komm! Rauschen! Aber verteilen, verteilen! Kaugummi! Machen wir mich nicht zu weit weg! Wow! Ich bin fast in die Schlucht gefallen! Oh! Das ist ja schlimm! Der hat die Panzerfaust! Deckung! Deswegen bin ich gerade zurückgegangen! Wenn wir uns die ganze Zeit bewegen, kann der mit der Panzerfaust nichts machen! Der hat... Der hat die MP40... Pass auf! Er kommt auf dich zu! Geht er weg! Auf wem? Auf mich! Ja, komm hier hin! Schnell! Fuck! Wir schießen auf mich! Die Panzerfaust ist raus! Panzerfaust ist raus! Panzerfaust ist raus! Also, ich habe nur ein Herz verloren gehabt! Ich habe mit der zweiten Panzerfaust daneben geschossen! Hast du noch eine? Nein! Ich habe keine mehr! Scheiße! Fuck! Die ist höher geflogen, als ich gesteilt habe! Aber die dürften doch jetzt auch nichts mehr haben, oder? Schätze ich mal nicht! Das wissen wir nicht! Ich weiß es nicht! Wir rennen schon wieder weg! Ja, weil wir nachdenken gerade! Psss! Komm jetzt einfach rein! Ich habe noch 14 Schoss, ich gehe frei! Wie viel nehmen habt ihr auch noch? Warte! Komm erst mal hier hin! Warte! Warte! Ich würde sagen, wir rushen jetzt einfach! Warte! Warte! Ich packe hier hinter Lava! Mal gucken, ob die da drauf reinfallen! Sollen 2 auf 1 gehen? Also, 2 auf 1? Ne! 4 auf 1! Die kommen! Die kommen! Die kommen! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Hat jemand einen Sniper oder so? Los! Los! Das ist das Leiche! Ich habe aber keine! Ich bin schon dabei! Aber ich habe hier... Der hat keine Munition mehr! Hier ist nur noch eine Waffenkiste für das Ding! Warte! Ich gucke! Ah, aber schade, dass ich mit beiden Panzerfäusten daneben geschossen habe! Ich habe Domse so viele Hits gegeben! Der ist glaube ich 30 Meter hoch geflogen! Ja, aber wo liegt der? Wir brauchen... Ich habe... Ich habe seine Items! Ich kann nur in Fran schießen, oder? Ne, scheiße! Das geht kaputt! Ich habe noch eins! Ich habe noch eins! Ich habe noch eins! Janik ist aus der Sichtweite! Dölle nicht hinterher! Das wäre mal geil! Leute, ich komme zurück! Komm zu Domse's Todespunkt! Komm zu Domse's Todespunkt! Komm! Das war's! Wir haben wenigstens Domse! Ich kann nicht mehr rennen! Und wir haben keinen Verlust! Das ist das, was zählt! Wir haben niemanden verloren! Ja, ich kann nicht rennen! Oder soll ich den Goldapfel essen? Nein! Kein Goldapfel! Mal gucken, vielleicht haben die was zu essen! Also, Janik wird jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich nicht alleine versuchen! Dölle, komm! Ja, warte! Janik wird jetzt wahrscheinlich nicht alleine versuchen! Ja, würdest du allein gegen 4 gehen? Wo sind es randoms? Hier liegen ein paar Items, wo ich bin, wo sein Todespunkt war! Wo bist du? Ich habe eine Panzerschreck! Ich habe noch eine MP44 und eine MP40! Ich habe noch eine Lee Enfield Sniper! Wenn der jetzt über den Weg läuft! Das wäre geil! Da liegt der Rest! Wir müssten jetzt eigentlich so schnell wie möglich zum Spawn! Ne, das ist unfair! Das macht man nicht! Ersch! Du Hurensohn! 2 Goldapfel! Da habe ich ganz viel Kohle! Hm! Der hatte nicht viel mit! Die hatten die Sachen wahrscheinlich in ihrer Base! Ja! Ich habe 13 Gunpowder! Nice! Sollen wir hinten? Feuerzeug! Ich habe eine russische Waffenbox! Okay! Eine britische Waffenbox habe ich! Wir können uns dann noch Munition machen dann! Also jetzt steht es... 60 Kohle! Jetzt steht es 2-2-1, ja! Hm! Aber wir werden glaube ich weiterhin zusammenbleiben, oder? Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Oder haben wir da irgendwas anderes gesagt? Ich würde sagen, wir warten ab, was so passieren wird! Vielleicht so ein Dreierkampf wäre auch ganz spannend, ne? Hm! Gucken wir mal! Ich habe fast keine Munition, ne? Lass mal zurück! Ein bisschen Essen suchen! Aber! Droppen Pferdefleisch! Wir haben es nicht geschafft, die Annik zu töten zuvor! Ich war kurz davor, aber... Ich hatte die Sniper... Nein, ich hatte die Sniper von Dormse zu spät! Ja! Mit der Sniper hätte ich glaube ich das Boot zerstören können! Wir haben ja alle versucht, in unseren Kämpfen wegzurennen! Hm! Und die haben uns halt einfach weggesnackt! Hä?!.. Wir haben noch nicht mal 13 Minuten! Wenn wir jetzt Folgen hin, ne? Bis dahin! Bis dahin! Tschüß! Alex ist wieder nicht Im Bild! Alexـ schon mal hin! Tschüß! shocks:"